Und wir moderieren UNGÖREGT! Geh Wettbewerb dann an, tschüss! Julio! 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 Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin gerade angekommen und suche einen guten Platz zum Verkaufen. Ganz viele Drogen. Drogen? Ja, ich habe mich gerade mitgebracht und... Haben Sie eine Ahnung, wo ich Drogen verkaufen kann? Bitte? Was? Ich suche einen Drogenplatz. Gut verkaufen. Ich habe eine Frage. Ich bin gerade angekommen, suche einen guten Platz zum guten Drogen verkaufen. Ich habe ganz viel mitgebracht. Kokain. Kannst du mir helfen? Ja, gerne. Draußen im Park. Wo bitte? Im Park. Da raus. Und rechts. Park. Park. Danke. Willsehen. Tschüss. Das weiß ich nicht. Können Sie mir nicht weiterhelfen? Ja, Gasthaus. Gasthaus? Ja. Ja, gut. Vielen Dank. Wo? Nächster Gasthaus. Ich... Entschuldigung. Ich suche... Ich suche chinesische Botschaft. Was ist denn? Ja. Ja, grüß Gott, Fräulein. Ich habe eine Frage, bitte. Ja. Ich will... Mein Name ist Choban. Ich will schicken Kebabfleisch nach Irak. Ja. Und ich will wissen, wie ich das mache, was ich ausführen muss. Wie machen wir das Schicken nach Irak? Na, Moment. Ein Augenblick mal. Ja. Hallo, Fräulein. Wo bist du? Du, Mehmet, auf was hast du eigentlich gemacht, Mädels? Ich schaue mal auf die Tattoos. Auf die Tattoos? Kennst du das Mädchen mit Tattoos? Ich kenne Hunderte. Oh, Mann, du Liebner. Ich kenne Tausende. Ich kenne mehr. Ich kenne mehr. Ich kenne mehr. Ich kenne mehr. Ich kenne Gott. Ich kenne mehr. Tattoos. Tattoos. Was sind Tattoos? Ich brauche Mädchen mit Tattoos. Mädchen mit Tattoos. Mädchen mit Tattoos. Ich komme von Tattoosanien. Ich muss ganz schnell. Ich weiß noch, ich habe damals schon... Du kannst mir noch eine Minute deinen Tattoos zeigen am Bauch. Ich habe eine Minute nur. Herz, ich bitte. Ja, sehr schön. Alles schnell. Das muss gehen. Zehn Punkte. Ich gebe mir einen Tattoonkörper. Nein. Ich glaube es dir nicht. Nein. Ich gebe mir einen Tattoonkörper. Zeig, zeig. Wie geht es? Wie geht es? Ich glaube es nicht. Ich habe wahrscheinlich auch den Körper. Mem, hör du Arsch. Wo zum Teufel hast du mich hingeschickt? Grüß Gott. Eine Frage. Haben Sie ein Tattoo, das Sie mir zeigen können? Haben Sie ein Tattoo? Haben Sie nicht. Leider. Na gut, mach nichts. Danke für's. Es geht um eine Tattoo running, Leute. Ein Tattoo. Sie hat ein Tattoo. Ein Tattoo. Moment, Moment, Moment. Entschuldigung, stopp. Irgendwo ein Tattoo angehabt. Es geht um eine Tattoo running, Leute. Das ist alles? Nein. So, na? Wow. Oh, yes, yes. Wow, this is a beautiful tree. A beautiful tree. Bitte? Ein Tattoo am Körper. Ja, sicher. Oh, ziemlich bunt. Winst du unnarrig? Ich lieg super im Mennen, weißt du das? Ach so. Dankeschön. Danke schön. Der Bacher kann scheiße. Ich weiß. From Weiß, Grüß Gott. Ja, Grüß Gott. Schon wieder eine Fröhlein. Zweimal, dreimal schicken mich da, dorthin. Ich nix wissen. Entschuldigen, ich habe nur eine Frage, ja? Einen Moment, bitte. Dann muss ich Sie an meinen Kollegen. Ich bin nur die Sekretärin. Einen Moment. Ach so, dankeschön. Blas, kapelle. Blas, kapelle. Blas, kapelle. Blas, kapelle, Gießhübel. Blas, kapelle, Gießhübel. Blas, kapelle, Gießhübel. Blas, kapelle, Gießhübel. Das ist ein Instrument, Fanfare-Instrument. Tradition original von Hörner, von den Tieren. Und später mit Ventil gemacht. Und es ist eine Trompette mit Klarinett und Schlagzeug. Ein Traum! Es ist eine große, die großartig ist. Kann man hineinpassen? Zeigen! Zeigen! Daniel, Daniel, Daniel! Hallo? Arne, grüß Gott. Ja, grüß Gott, Fröhlein. Mein Name ist Choban. Sie sind doch nicht richtig bei mir. Und Leute, das war der Pilot für Ungerecht! Danke, Deuts 그러면 auch deine Zukunft. Vielen Dank.